Wir Menschen verbrauchen enorme Mengen an Energie, um Dinge herzustellen und zu transportieren, uns fortzubewegen und um es warm zu haben. Durch diesen immer größer werdenden Hunger nach Energie bringen wir immer mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre. Dadurch steigen die Temperaturen und das Klima verändert sich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017